ja hallo und ihr moe Freunde nach der Folge pokémon maxi geschoooon bäh ja letzter Party Rivalen und so gekillt die ist das gehen wir jetzt doch einfach mal zu ihr rein und gucken was bei der so geht oh die geht ja grad mega steil hier die Olle, komm mal her, wenn ich die überhaupt erwischt krieg Ja, ich drücke auf den richtigen Knobbis Ich krieg die schon Ja, ich bin mit Kiefti Toll Ich find das geil Haus von Niemanden Dann gehen wir mal in das Haus von Niemanden rein Toll, das ist echt keiner Mama me Schwuchtel Warum sind wir eine Schwuchtel? Wir sind doch ein Weib Guten Tag Hier hast du was ganz Besonderes Spiele von Fognes, nutzloser Extraball Cool Na, ist das nicht geil? Wenn ich mal weiß, wofür der gut ist Halt die Fresse, boah ey, ja, aber nein Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein Geil, ey Fick dich Mann ey, warum mit dir denn alle so böse? Du bist hier, weil du eigentlich nach Viboda City möchtest Weil ich hinter der Schwanz aus dem Insel liegt Und zur Schwanz Schwanz Lutscher Insel gelangst du noch nicht, weil dir die Tüte Chips fehlt, welche du erst holen kannst, wenn du hier in den zweiten Ohren hast Und das machst du nur, weil du dir erhoffst, einen Dildo zu bekommen, mit dem du in der reichen Großstadt dir den Weg freikaufen willst, bei einer Prostituierten Ja klar, und mir wurde gesagt, ich sei verrückt Oh, hallo, ich bin gerade dabei, etwas Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen Okay Nächstens einmal normaler, statt echte Willst du eine Art Programme, oder was startest du mich denn an? Oh, hier kämpfen zwei Missgestalten Absturz, töte es Los, Absturz, jetzt kann ich mich nicht kämpfen Ich setze Boden 6 ein, Drachenswied Gestein 6 Oh, oh Nein Ein Parasturm Tschüss Tschüss, du Ausrufezeichen Dingenskirchen Bums 65 66 Fehlgeburt 64 Da kommt das Gegenstück Los Besiege es mit Gestein Da Ja, ich weiß ja nicht so Los, Fehlgeburt Mal gucken, was du jetzt drauf so hast Wo drauf so hast Was hast du so Woaa Ich hoffe, wie schaffen wir ein Wafferbauger an einen Das schaffen wir natürlich nicht Und wir sind tot Okay, Orgienbob Orgienbob, go Orgienbob TV Fuck Nein Ja, das hätte mir doch vorher einfallen sollen Dass die von Typ Drachen sind, die Dinger Aber ich kann jetzt direkt schon wieder heilen gehen, ey Orgienbob Versucht Attacke Blitz 6 Gucken die doch mal an Das sind 65 Nee 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 Nehmen wir Blitz 7 So, wir haben mich zermalmt, Dinger Zermalmt Lass mal nur mal antauschen Ja, okay, komm Jetzt brauch ich wieder so einen Heiler, ey Heilabob Ich hab mal nicht so einen automatischen Service So was weiß ich Man gibt 100 Pokedolle ab Um so online Online zu heilen So Weißt du was ich meine? Hier war heilen, ne? Go, 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 go Das ist nämlich immer doof, dass man so viel heilen muss Und dann, ja So Hey Wer ich bin Wer ich bin Du fragst, wer ich bin Ich bin Till Und du denkst, du wärst es Was machst du mich so blöd an, Alter Weißt du was? Ich kann dich gar nicht leiden, Diggerchen Gib mir deine scheiß Schuhe, du Flittchen Torbetreter verloren Hure, Alter Ey, was? Hallo? Ich hab echt keine Torbetreter Die gibt mir die jetzt wieder, der Spasti Ey, ich will meine Torbetreter Hey, mit der Attacke Kopfnuss kannst du an Bäumen schütteln Und ein wildes Pokémon greift dich an Woher du Kopfnuss bekommst Nun, ehrlich zu sein Gibt es das gar nicht in diesem Spiel, hoffe Gute A Selten ist Pokémon Grinsos Oh, nee Das Licht funkelt so schön am Hobbit-Send Was ist denn so ein Schuchtel oder so? Oh, Mann, ey Ich will meine Torbetreter wieder Ach, du kacke 63 Was war da denn? Boden, ey Komm hier Oh, nee Tod Oh, Gott Orgienbob TV Weißt du, ich wandte nicht Spasti Drache 3 Drache 3 So, Mann Da muss ich's dir Orgienbob halt richten So, Vielgeburt 65 Orgienbob 65 Ja, schrecker Schrecker wird eingesetzt Nein Schrecker, du schon wieder Du schein, wie du bist tot Na toll, wir haben keine Dinges mehr, ne? Ja, geil Und wir können nicht mal Mal, ey, warum immer alle Eden? Ich hab ja keine Torbetreter Ja, wer bist du Ich bin auch ein Kämpfer Ultrastein Was kann man mit dem machen? Gibt der irgendwas Gutes? Gibt der was Gutes? Schrecker ist Ihr seid nicht Und wer von Stein Hilft bei 2-Bestunden-Pokémon Bei der Entwicklung Toll Bei wem denn? Ich weiß die doch nicht Warte, bevor wir jetzt Gehen, dann Hier, komm Guck mal, ey Unsere Fake-Burz Ist schon unter 67 Scho Willst du kämpfen? Hey, sprichst du genau Darum wie ich? Nitro 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 Irgendwas Absturz Wir haben den Kampf geschickt Argen Drache 5 Oha, jetzt geht's hier schon Geht's hier schon an den Maßnahmen Dass hier nicht mehr so viel abgezogen wird Aber unser Argen Bock Hier braucht es ein wenig Ja, ja Okay Zick Boots Kaputt So Das ist der Stein Yeah 68 Beide 68 Fehlgeburt wird eingesetzt Ja, da kann ich doch Ganz locker mal das hier einsetzen Und dann ist es auch schon tot Einfach tot 69 70 69 70 Also ich glaube, die lieben sich Weil die gehen beiden Das gleiche Level Ich dachte Das ist doch schön Boah Nicht mit ihren Enden, ey Ich kann keinen Toroträter machen Egal, dann trinke ich jetzt nur Orgienbob Orgienbob Erstmal Bis ich meine Toroträter wieder habe Hier Bei der Geburt hat der Arzt geschrieben Schnell, schieb's zurück Es ist zu hässlich Boah, ey Die sind ja alle so nett hier, ey So richtig nett Das freut mich Der Analhusten wird in den Kopf geschickt Ein geiler Analhusten Er ist schön analig Er sieht auch so analig aus Und ist tot Der Analhusten 71 Yeah Steckdose Ist ja wahrscheinlich eine Elektroattacke Ja, aber hier 65 160 Und das Ziel als Ste- Nee Naja Warum denn? Nein Fehlgeburt Der Wichser Heißt der Wichser Nein, du bist ja schon mal ein Wasserpokémon Boah Glubba Boah, niemand kommt an Orgienbob vorbei Orgienbob ist mega OP Richtig OP ist der 72 Bands 72 Du, du Häm Hält mich, Hure Ja, ja Ja, ja Ja, ja Oh, natürlich Wir haben hier ein Pokémon So ein Virus Nein Ach ja Sobald man hier fliegt Kommen die Pokémon ÖPTERS Deswegen sollte man lieber kämpfen Oh Nee Dieses Pokémon Hast du Ich Kann man da mal das machen? Wow Okay Ist ja auch 22 Level über mir Das ist ja auch Dann nicht anders zu erwarten Und wir finden sogar ein Level ab Das ist doch super Ich hab keine Turbo-Träter Und da kommt's von Peleman DJ Games hat mich Hat für mich ein extra cooles Handmaid erstellt Bei der Demo-Version Aha Schleichwerbung Zuglisch Tja Drache Fünf Wiese schläft Was? Valum Nein Hier ist meine einzige Hoffnung Ja, okay Nee Ich hab zwar noch andere Aber Bitte Wach auf Wach doch Bitte auf Mein Gott Er war bei der letzte Runde, glaube ich Jetzt musst du wieder wach werden Er ist nicht tot Wach auf Alter Wie oft habt ihr denn hier die Runden gemacht? Wie schnell der Hörschau Schon schlafen kann Ding Boah, nur eine Million Jahre, ey Und dann trifft er nicht Pass auf, jetzt kommt wieder Wiese Pass auf, pass auf, pass auf Okay, Pflanze 5 Mach doch kaputt Oh, gib mal Ja, daneben Ja Sauber Sauber 122 Yeah Stufe 74 Milch Wo ist denn Milch? Da bin ich mal gespannt Oh, 80 80 Ich find Ich find Waffe 5 Weg damit Die sind doch viel Coolier Textil eingesetzt Ja Jetzt will ich mal sehen, was Fehlgeburt so kann Na los Fehlgeburt Ging an den Text Milch Setz Milch ein Wassersauger Versauger Ach, das wieder Hier Wutsch Energie abgesaugt Oh ne, jetzt Ich zittert wieder ein Die ganze Zeit Ich hab doch grad ein bisschen Im letzten Part Vorhin Vor einer Stunde Hab ich doch Hähnchen gekauft Online Die benutze ich jetzt gleich mal 5 5 5 5 5 5 Darum Geh, du fragst auch nur mal Mal Ja, okay Wenn ihr mich so geil findet Hähnchen Orgenbob 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 So Wem geht's wieder Super Den Orgenbob Boah, hier gibt's wieder Verschiedene Richtungen Ist das ein Pokéball? Wo bin ich denn hier? Ist hier echt die Stadt? Aber das ist ein Ball Ein Zetroni Oh, 45 Dann müssen wir ja mit Drache 3 Müssen wir ja der One-Hitken Natürlich tun wir dies Natürlich Oh, fast Ja, Viggo Kriegt natürlich ein Level Blitzstein Wahrscheinlich zu irgendein Pokémon Was ich damit entwickeln kann Oh, ein Glober Tot Tot Ja Ja Oh, wieder hier, er mit Bart hier. Ein Wildus mit Bart. Und ist überlebt. Das Wildus. Krusel. Tot. Stutufe. Nichts. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir einen Cut und, ja, mal gucken, was uns da unten erwartet. Haut da rein. Tschüss. Fuck, fucker.